Ja, das hat doch gut angefangen. Ich habe die Grösung gemacht, ohne dass man mich gehört hat, aber es ist schön gesungen zu der Musik. Ja, danke, Willi, Gini. Bitte, bereit für unsere kleine Reise? Der Myrade scheint verletzt zu sein, also werden wir laufen müssen. Vor allem, wer, wer trinkt Wein aus dem Flachmann oder so einem kleinen Fläschchen? Was ist ein Myrade? Ach richtig, du stammst ja aus Nering. Hier in Enderal wirst du sie kaum übersehen können. Myraden sind riesige Flugtiere. Sehr garstig in Wildform, sehr nützlich in gezähmter Form. Auf ganz Enderal verteilt gibt es Myradentürme, deren Wärter dich gegen ein Entgelt mit ihren Myraden von A nach B befördern. Aber wie gesagt, der Flussheimer Myrade hat sich verletzt. Wir werden laufen müssen. Heißen die Drachen oder was? Ja, ich würde sagen, ne, je früher ich das Fieber los bin, das ist besser. Wunderbar. Lass uns noch den Einbruch der Nacht abwarten. So laufen wir weniger Gefahr, in Briganten zu laufen. Ah, und eines noch. Bislang wirkst du auf mich eher wie der Nahkämpfer. Also im Gefecht, Mann. Wie sieht's aus? Lieg ich da richtig? Hm. Oh. Wieso mir? Hilfe. Äh, nein, eigentlich würde ich mich eher in Sachen Magie fortbilden. Nein, eigentlich bin ich lieber diskret. Ja, es stimmt halt schon. Wusste ich's doch. Ich frage, weil ich vorher noch beim Marktplatz war, um meine Vorräte aufzustocken. Bei der Gelegenheit habe ich auch noch eine kleine Weglektüre mitgenommen. Hier. Ich denke, das könnte dir nützlich sein. Äh, was sind das für Bücher? Der Arasialer in meinem Bett. Sinnliche Bekenntnisse einer Vagabundin, Band 1 bis 5. Du weißt schon, für die einsamen Nächte. Spaß beiseite, das sind Lehrbücher. Von Arkanisten, Fechtmeistern, je nachdem eben. Du kämpfst gut, aber wenn du deine Fähigkeiten ausbauen willst, kommst du um solche Lektüren gar nicht herum. Ja, danke. Kein Ding. Dann würde ich sagen, auf geht's. Äb, äb. Ihr werdet nun von einem Charakter begleitet. Solange ihr auf der vorgegebenen Strecke bleibt, wird Jesper euch folgen. Kommt ihr von der Strecke ab, müsst ihr nicht zu Jesper zurückgehen. Achtet einfach auf die entsprechende Einwände, den Rest folgt euch wieder. In einigen Momenten wird er wieder bei euch sein. Spätestens zu eurer Ankunft in fremden Viertel Arcs. Interessant. Ich habe übrigens jetzt, ähm, es auch tatsächlich mal geschafft, V-Sync auszuschalten und nicht nur die Funktion zu finden, dass man das ausschaltet. Das hat auch schon Skill erfordert. Das muss man einfach mal sagen. Wir haben nämlich jetzt ein Let's Play von Skyrim, was gut funktioniert, weil scheiß V-Sync. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht. Ich will eine Petition machen gegen V-Sync. Warum existiert so ein Scheiß? Das ist nur Scheiße. Das macht nur Frame-Einbrüche. Das macht die Leistung schlechter. Das macht, ah, das hat keinen richtigen Vorteil. Das hat, ich verstehe es nicht. Ich verstehe Menschen, die V-Sync nutzen, nicht, denn V-Sync ist einfach einer der größten Scheiße, die es gibt. Du vor, wir müssen nur aus Flussheim raus, den Hügel hoch und dann sind wir auch schon am Bergpass. Von da aus kann man dann arg auch schon sehen. Und du könntest bitte deine Lippen animieren. Danke. Mann. Wo sind wir denn hier gelandet? Seht ihr, es läuft euch schon deutlich flüssiger, nämlich ohne V-Sync. Es ist einfach, V-Sync ist einfach kacke und du hast einfach, nein. Es ist einfach ein Scheiß, ist das einfach. Und ich finde das mit dem Begleitersystem, muss ich jetzt nochmal korrigieren. Also nicht korrigieren, ja, vorher gar nicht falsch gesagt. Beziehungsweise falsch, gibt es ja nicht eine andere Meinung. Ähm. Ist, ist ein interessantes System. Ich finde es halt nicht schlecht. Äh. Dass man mal vom Weg halt abkommt, aber. Ähm. Es ist halt auf jeden Fall wirklich ein anderes System. Ja, und dass wir Begleiter haben, ist eh immer gut. Also ich, ich liebe Spiele, wo man Begleiter hat. Das ist für mich, also, nee, kein Muss, aber es ist halt schon, macht deutlich viel besser, weil man nicht alleine rumlaufen muss. Hier sind wir ja überhaupt schon überlang gelaufen, wegen seiner Nebenmission. Würde ich jetzt mal gerade vermuten, war das ja, ne? Heiwurz. Perfekt, der Saft der Pflanze, aber nicht was. Ne, ne, ich fülle den Satz einfach nicht weiter aus und ist schon gut, glaube ich. Ähm. Das, nein, 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 das würde 0 zu einem FSK 18 waiting für uns im Let's Play. Äh. Stell vor, naja, wäre ja immer mal bekannt, dass gucken Menschen dieses Let's Play. Ob Gott des Willen, dann müsste man sich ja schämen. Und das kann ich, äh, damit vermeiden. Und dieser Mode ist schön. Ja, beziehungsweise, also, der Himmel halt nicht, der ist halt echt hässlich. Ähm. Das ist so, oh, das erinnert mich jetzt, Zeiten, Frühjahr, wo man wirklich so, da bin ich noch bei Grillfeiern oder so, und dann saß man da und nachts im Garten. Ist auch nicht so hell, weil wir in den Riesen-Rohsstadt gewohnt haben. Und dann hast du halt wirklich den Nachthimmel gesehen. Und das erinnert mich, dass wir diesen Wolken. Es gibt ja, das ist ja ein ganz interessantes Ding, ich kann ja mal müssen drüber reden. Es gibt ja so Wolken, die sieht man nachts manchmal, da ist ein Wolf. No, da hinten auch. Äh. Die sieht man halt nachts, in der Regel, die sind halt extrem hohe erscheinende Wolken. Also, die sind wirklich, ähm, auf, äh, auf, auf Stratosphärenhöhe. Das ist ja schon außerhalb der kompletten Troposphäre, wo ja eigentlich kein Wetter mehr stattfindet. Das sind nämlich auch keine echten Wolken mehr, die halt durch, ähm, Bodenaktivitäten, halt durch Wasserauftrieb, Entstehen, sondern halt, ähm, Ich weiß nicht genau, durch welches Phänomen die nochmal entstehen, aber es ist halt nicht das, wie die normale Wolken halt entstehen. Und wer bist du? Beut oder Feind? Ah, ist klar, gut, ich dachte halt, jetzt wäre mal außerhalb weisen netter, aber man... Nichts. Sag mal, kämpft der irgendwie stark, oder was ist das? Er hat doch nur einen kleinen... Er hat doch nur so einen kleinen... Besser, wie kann der denn so viel Schaden machen? Boah, die Musik ist aber gerade gut. Ich bin froh aber noch nicht. Ich fange mich, ne, je schneller ich dieses Arkanistenfieber loswerde, das hat sie ja gerade vorhin noch gesagt, meine Charakteren. Aber ich frage mich, wir haben doch danach immer noch ein Fieber, das kann doch nicht sein, dass wir das plötzlich nicht mehr haben. Also, ich meine, ich fände es gut. Ich fände es halt nicht schlecht, wenn es nicht so wäre, wenn wir es verlieren würden, fände ich es echt gut. Ähm... Aber... Hätte ich halt nicht erwartet. Ja, was wäre das denn? Ich hätte das Gefühl, hier hätte noch eine sein müssen. Naja, und halt diese Wolken, sie sind halt extrem hoch und man denkt immer, das wäre ganz normal, aber das sind halt komplett andere Wolken und die sind... Ach, wie hoch. Die sind ja quasi ja schon über der Cayman-Grenze und halt so schon fast definiert als Weltraum. Weswegen, ähm... Kann man halt nicht mehr echter Wolken bezeichnen. Also sie sehen halt exakt so aus wie so normale, ähm... Strato... Nimbus-Wolken oder sowas. Was haben wir hier jetzt für ein Lager? Was hier kommt hier? Das sieht anscheinend ganz nah aus auf dem Radar. Was ist das hier für Nebel? Mensch. Morning Fox ist übrigens eine Mod, die habe ich noch nicht... Mit Jesper im Aussicht zum Reden, okay. Die habe ich noch nicht... Das ist doch mal eine Aussicht, oder? Allein für solche Momente lohnt es sich zu leben. Hier war früher mal ein Handelsposten, aber seit der Abschottung ist er verlassen. Die Abschottung? Ja, so nennt man den Erlass, der vor gut 30 Jahren hier gefällt wurde. Einfach gesagt, wurde durch ihn der Handel mit anderen Ländern stark eingeschränkt. Eine ziemlich unwirtschaftliche Entscheidung, aber ungefähr zeitgleich verließ der lichtgeborene Erodan Nerim. Und ich denke, der Orden hatte Angst, dass dasselbe hier auf Enderal auch passiert. Du weißt schon, rebellisches Gedankengut und so weiter und so fort. Jedenfalls findet seither Handel auf Enderal nur noch streng kontrolliert im Arkerhafen statt. Und kileanische Gewürze und Tirmatraler Wein können sich nur noch die erhabenen Pfades leisten. Deshalb mussten eine Menge Handelsposten wie der hier oder die Dreiflusswacht dicht gemacht werden. Aber die Plünderer freuen sich darüber. Interessant. Sieh ruhig selbst nach, wenn du willst. Ansonsten lass uns weitergehen. Es ist noch ein Stück. Er hat schon sich recht. Wegen solcher Aussichten, wo man die Stadt sieht, die Berge, den Hals der Welt. Also das kommt mir wirklich komplett vor, einfach wie die Himmelsrand. Aber man merkt halt wirklich, dass dieses ganze Spiel so eine gepfüllte Anspielung ist auf Himmelsrand. Und ich weiß nicht, worüber ich vorher übrigens geredet habe. Das ging schnell. Aber es war bestimmt ein wichtiges Thema. Oh mein Gott, es ist ein... Ja, natürlich kommt er nicht in das Haus mit, weil das ja so ein Riesen-Umweg ist. Das ist doch ein faules Stück, ey. Ja, es ist unfassbar. Äh, da fällt mir mal eine... Wieso fällt mir das jetzt ein? Das weiß ich nicht. Ähm... Ja, 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 ja. Diese Dialoge sind aber ein bisschen nervig. So... Äh... Dann haben wir das nämlich auch. Weil ich denke, weil das mit den Lernpunkten ist, nicht so wie bei anderen Rollenspielen, die halt echt nur darauf ausgelegt sind, das Problem. Also was haben wir hier? Protokollbuch nehme ich auf einmal mitlesen, tun wir das vielleicht später. Das ist, glaube ich, nicht wert vom... Ich habe das Gefühl, es ist gefährlich. Okay. Sehr interessant. Aber hat sich gelohnt, hier reinzugehen. Auch wenn ich nicht weiß, warum er nicht da reingeht. Das muss man nicht sagen. Mal mit dieser Musik. Und, äh... Wo müssen wir hin? Wir müssen doch nach unten. Aber wie kommen wir denn nach unten? Ist das der richtige Weg? Ich hoffe einfach mal. Es ist so ein Wald, ne? Mit dieser Musik und all dem, was da gerade war, war es ziemlich wuselig, der Moment. So. Kann man schlafen? Ein schönes Bett. So mitten im Schnee. Total erkältet. Ist doch wunderbar. Da geht es der Lunge doch direkt gut. Was ist das hier für Farbe? Das kommt mir vor, als würde ich gerade ein bisschen irgendwie Fallout 3 spielen. Oder, ähm... Die kommt mir größer vor. Kommt nochmal los, Rückenwölfe. Okay. Ich frage mich gerade, eigentlich muss das ja sein, aber, ähm... Wenn ich einhandskille, mache ich doch auch mehr Schaden, ne? Oh, mein Tagebuch. Ich war ein Abenteurer, aber ich bekam einen Fall durch das Knie. Ich war ein Abenteurer, wie du. Und dann, ähm... Schön. 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 Das finde ich richtig gut gerade. Wer hat jetzt nochmal 100 Stärken auf? Wer bist du? Du bist aber jetzt wirklich nicht fein, oder? Herr Erder, könntet ihr mir einen kleinen Gefallen tun? Mein Bruder Ulva frisst sich drüben im Wald die Hucke voll. Während ich, Idiot, an der Brücke Wache schieben muss, weil die Banditen jeden Moment kommen können. Sagt ihm, der soll seinen fetten Hintern aufschwingen und sich auf die Jagd machen. Deshalb sind wir hier. Gut, äh... Mache ich. Das ist ja jetzt, äh, vermute ich mal nicht, ähm... Wirklich aufwendig. Morgen. Was wollt ihr? Haut ab, mir gibt's nix zu sehen. Nicht? Euer Bruder schickt mich hier. Sollt ihr ihm bei der Jagd helfen? Ach, sag dir das. Dann hört mir mal gut zu. Seit wir von Ark zur Jagd aufgebrochen sind, macht der nix anderes, als sich die Hucke voll zu saufen. Wenn er wieder trocken ist, bewege ich mich keinen Finger breit von dir. Richtet ihm das aus. Ui, was ist das denn? Was seid ihr denn für... Ui, der... Der eine besoffen, der andere... Verfressen... Es ist unfassbar. Ui, was sagt, ihr tut den ganzen Tag nichts anderes, als euch die Hucke voll zu saufen und solltet erst mal ausnüchtern. Ist dieser Wartürensohn denn noch zu retten? Sagt ihm, er soll nicht so großspurig auffahren und seinen Arsch hierher bewegen. Bulmar meint, ihr sollt mal nicht so großspurig auffahren und euren Arsch zügen legen. Ja, soll ich das? Und sag dir mal, dass mich, was er will, so viel interessiert, wie die Arschhaare eines nackten Wartüren. Kommt mir ja da auch ein bisschen dumm vor hier. Äh, was ist das denn? Ui, was sagt, was ihr wollt, interessiert ihn sehr wie die Arschhaare eines nackten Wartüren. Jetzt rechts. Haut ihm für mich eine über. Ich halte mich daraus, haut ihm selber eine rüber, wenn er Seelenfrieden davon abhängt. Das werde ich auch. Ulva, jetzt werde ich's dir zeigen. Oh mein Gott, was geschieht hier? Eskalation! Hoch die Hände. Das ist die falsche Richtung. Äh. 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 Eskalation! Krügel durch! Lust! Lust! Ich wette auf Ulva! 20 Groschen auf Ulva! Komm, die Quote steht 1 zu 15. Das läuft, das läuft, das läuft. Das schafft ihr, das schafft ihr, das schafft ihr. Äh. Ähm. Hallo? Ha. Hallo? Ha. Ha. Ähm. Ähm. Sie sag mal. So. Sag mal. Seid ihr ganz... noch irgendwie zu retten oder so? Wop. Ich verschwinde, das wird mir alles ein bisschen zu... oder wohl hier nichts zu sagen, ne? Das ist so... Ja. 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 Ähm. Das ist mir ja ein bisschen zu, äh... weird. Oh Gott. Was ist das Sims-Geräusch? Ich kenne das halt original nur aus Sims. Und anscheinend verwenden die exakt denselben Sample, weil der ist exakt, also so vom... vom Tonbild und die Höhen und alles, das ist halt exakt das gleiche... Ich kann mich nicht vorstellen, dass das, äh, nicht derselbe Sample ist. Und wer bist du denn? Ein Säbelzantiger! Ah! Warum muss man das Gebiet hier für das Pärscher nennen? Säbelzantiger hätt's auch getan. Ich... Das ist ja unfassbar. Immer wieder unfassbar. Ich hab immer die Hoffnung, hier ein paar Eisbrand zu finden, aber hier... Wie sieht das so unerfolgreich aus? Wieso regnet das denn in diesem Spiel immer? Dadurch geht die... Das PS-Ref hat immer nur runter. Oh! All... Oh, so weg! Was haben wir denn hier? Ah, ein Zauberbuch. Lernen? Können wir das lernen? Aha! Guck mal! Und wer bist du? Na! Da muss ich mich gerade noch retten. Hallo, 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 hallo! Könnt ihr mal bitte in den Nahkampf gehen? Meiner Arme. Eine Unverschämtheit! Hä? Was geschieht hier? Ektoplasma. Ja. Das ist übrigens nur das Ektoplasma. So, jetzt geht's mir aber nicht so gut. Das sollte ich tatsächlich was essen, glaube ich. Ein Lauch. Und Lachs. Und eine Kartoffel. Und ja. Weicht das vielleicht? Für ein bisschen... Für ein bisschen... Sieht doch gut aus. Ich würde ein bisschen mehr noch draufhauen. Vielleicht zwei Äpfel. Das dürfte aber dann schon... Ja. Nochmal zwei und dann sind wir vor, ne? Ja. Ja. Perfekt. 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 Äh. Ach so, wir sind hier in der Schleife gelaufen. Ah, okay. Dann... Ich hab keine Spitzsacke. Das ist, äh, toll. Bevor wir hier die Gegner machen, ich versteck mich mal, ähm, mach ich einen Cut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.